Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu LASPYPRODOTAP3 oder auch Kandemalismus im fortgeschrittenen Zeitalter Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben Pause gemacht, wo wir eigentlich gerade auf dem Weg zum G waren also Follow the G und so zum Pater Gorilla Ich kann den Namen nicht wirklich aussprechen Zeit ist mir, da unten ist er und Hoppala Das war eine sanfte Landung aber, äh, tut mir leid Ich wollte sie eigentlich nicht töten Oh, der Baum fällt noch rum Krass Vater, ich bin hier, James Hör, ich habe alle Kontakt mit einer Sorge Okay, sie geht bei Athena Sie hat mir über einen anderen Ort, wo Blackwatch läuft Ein Ort, wo viele Zivilisten in gehen Aber niemand sieht sie raus Ich werde es tun Ich werde es tun Alles klar Blackwatch hat die Gentek Monster getestet Im Seem sie sie auf unschuldige Zivilisten ausgelassen haben Das haben wir gesehen Da mussten wir ja sogar die Zivilisten Ja, beschützen So, wo müssen wir hin Da hin, da hinten Zack, ja, wir haben schon neuen Sprung freigeschaltet Wir sind ja schon ein paar Mal aufgelevelt Müssen wir nach oben Seht das richtig Ja, da hinten müssen wir hin Zack Wir geben sich zur Testanlage Jefferson Und Sanft gelandet Verstehe ich nicht, dass er freiwillig reinlaufen Ich würde mich da eher abschießen lassen Um verrückt zu werden So, Testanlage betreten Hallo Zack Weee Na Alles klar Da Zack Ich werde mal die Mächte rausholen Zack Aua Na So, aber nicht Zack Nochmal Ich werde Lust darauf haben Ist das jetzt los? Okay Okay Zack Zack Wir brauchen ein bisschen Leben hier wieder Ah, der hat den Schlüssel Jetzt nicht mehr Zack Zack Komm her Komm her Aua Komm her So freche Sau Jetzt können wir reingehen Achso Achso, wir müssen den Alarm beenden Komm her hin Zack Alarm beendet So einfach ist das Lebt ja auch nichts mehr hier Putzko-Manöver da So Also, einmal den Handscanner benutzen Dann können wir in die Testanlage rein Ob wir das wohl wieder infiltrieren müssen Eigentlich müssten wir jetzt noch drin mitbekommen haben, was sie draußen abbringen Oh, das ist aber B12, eh Hallo Wo ist denn der? Mit dem Schlüssel Da bist du Ab dich Sack Wo ist denn der Blüder Raketenherr von Tupi? Da ist einer Na, jetzt kommt halt her Die fressen Typen hier So Zack Aber das auch Das kann wechseln Jawoll Oh, der frisst schon Das ist so Ekelhaft brutal, alter Da, ne Höh Alter What, wie kriege ich denn den Tod? Achso We're after Mike Over Probieren sie den Juggernaut Komm her Mit deinem Schilde Mhhh, Schmackofatz Geil Happy Baaam 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 Zack 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 So, wunderbar Oh, wir haben sogar volles Leben Da würde ich ganz gerne rein Guck mal da rein ne, scheinbar nicht schade ich hab mich so an den an den Anfang erinnert, wo wir da rein springen konnten ja, seid sowieso voll die Schweine scheiß, verhinderten Wissenschaftler ah, du auch na, wo willst du hin ich hab dir geholfen der ist jetzt auf der anderen Seite Wissenschaftler Mist ja, die sind doof probieren mit irgendwelchen blöden die probieren mit Menschen rum ist das euer ernst la 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 geschafft ja cool gute Sache oh warum sind wir jetzt gerade so schnell achso, weil wir die Kräfte aktiviert hatten natürlich ist natürlich auffällig, wenn jemand mit so Krallen rumläuft aber gut das G könnte auch gut für Gentek stehen aber es soll der Pater sein was haben wir da hinten eigentlich noch so auf der Karte ne, das ist falsch guck mal auf die Karte was haben wir denn da noch was haben wir denn da noch ich hab mir denn da noch ne, nicht Sammelobjekte Karte obwohl hier Sammelobjekte Okerst was sind das die haben wir doch schon, ne also rein theoretisch so wie die verteilt sind müsste ja hier noch irgendwo eine sein hm wär schon ganz cool wenn wir da noch eine kriegen könnten na, mal gucken hier ist das G da sind wir ja gleich was haben wir denn hier noch Bergungsarbeiten Kamikaze machen wir weiter dann machen wir nochmal die G Quest woops Die Blackwatch will Hela töten. Hela und alle töten, die ihm helfen, bevor ihre Operation stoppt. Na, ist mir wurscht. Wir killen die Todstampe. Hallo. Party. Na, da ist noch einer. So. Haben wir jetzt schon mal von außen gemäht. Fleischkarren. Yeah, wir kriegen endlich die Fähigkeit, dass wir die Werfer abreißen können. Das habe ich schon gesehen. Da kommt mal her. Zack. Na, komm mal her. Ah, gib mir das. Ah, schön. Zack. Na, komm. Aber wir brauchen noch einen Toe-Werfer. Na, komm her. Gib mir den. Guck dir schon, macht er ja gar nicht. Und... Hui. Jetzt trifft doch. Wer nicht trifft. Na, komm. Na, komm. Immer was anders. Geht doch. Geht doch. Wir müssen jetzt anders machen. Mit den Tau-Werfern funktioniert so nicht. Wir machen das jetzt so. Wir machen das jetzt so. So. Gingen wir da jetzt auch noch mal irgendwas hin? Ja, komm schon. Was wirst du denn? Falsch. Jetzt richtig. Ja, komm schon hoch. Jetzt hier. Wo ist denn jetzt die Kirche hin? Oha. So. ein bisschen leben gerade so ab in mein spinnnetz spiderman spiderman aber mal herr das bösen gebäude hat nicht mehr so viel leben das feier der falsche dich wollte ich gar nicht töten ja auch nicht wird einfach zu viele hier gerade da kommen jetzt her immer wo sind die denn jetzt mal her alter dieses scheiß hier dies Jetzt, geh halt kaputt Jetzt aber Ist immer noch ganz Das gibt's nicht